Wie gut sind die Tontechnik-Fernkurse des Hofer College? Ist das reine Geldmacherei oder lohnt es sich tatsächlich, so einen Kurs zu belegen? Darum geht es in diesem Video, also bleibt dran! Hallo, ich bin Martin und heute dreht sich alles um die Tontechnik-Fernkurse des Hofer College hier. Ich habe vor zwei Jahren schon mal ein Video darüber gedreht, weil ich selbst auch einen Kurs belegt habe bei der Hofer und ich habe mein letztes Video mit so ein, zwei Kritikpunkten beendet und ich dachte mir, nach zwei Jahren könnte es ganz interessant sein, einfach nochmal ein Nachfolgevideo zu drehen und zu schauen, ob sich was getan hat. Außerdem bekomme ich in letzter Zeit wieder vermehrt Fragen und E-Mails zu den Fernkursen von der Hofer. Ich denke mal, das hängt auch ein bisschen mit der Corona-Zeit zusammen und weil viele zu Hause sitzen. Deswegen schauen wir uns die Sache jetzt nochmal gemeinsam an. Zunächst mal die Frage, was ist die Hofer eigentlich? Die Hofer, das sind Tonstudios mit Sitz in der Nähe von Karlsruhe. Du kannst also dort Musikproduktionen machen, du kannst mit deiner Band aufnehmen. Die Hofer verkauft auch Akustikelemente, Absorber, Diffusoren und so weiter und sie verkaufen auch ziemlich gute Plug-ins für Musikproduktionen. Heute geht es aber um das angeschlossene Hofer College, die Fernschule für Musikproduktionen, denn die Hofer bietet auch Kurse an. Diese ganzen Kurse sind alle staatlich zertifiziert und du kannst sogar deinen Bachelor in Tontechnik und Musikproduktion machen. Welche Voraussetzungen brauchst du und wie läuft so ein Kurs bei der Hofer eigentlich ab? Voraussetzungen brauchst du keine, du brauchst keinen Schulabschluss. Für den Bachelor brauchst du die mittlere Reife, aber für alle anderen kannst du so direkt anfangen. Das Einzige, was du brauchst, ist natürlich ein PC oder einen Mac mit einem Musikproduktionsprogramm wie zum Beispiel Logic, Cubase, Reba, Ableton und so weiter und mit diesem Musikprogramm kennst du dich im Idealfall schon ein kleines bisschen aus. Wie so ein Kurs abläuft, da schauen wir uns jetzt gleich direkt auf der Homepage von der Hofer an und ich werde mich auch nochmal in meinen Kurs einloggen. Ich habe nämlich die Hofer gefragt, ob sie meinen Zugang noch haben und ob sie den freischalten können, das haben sie gemacht und sie haben mir auch so einen Ordner zugeschickt mit Lernmaterial, da schauen wir auch nochmal rein. An dieser Stelle ist es mir wichtig zu sagen, dass ich dieses Video frei und ohne Einflussnahme der Hofer Studios selber drehe. Und jetzt geht's los, gehen wir mal auf die Homepage von der Hofer selbst. Okay, wir sind direkt auf der Homepage vom Hofer College jetzt und hier findest du auch alle Informationen über die einzelnen Kurse. Steht auch genau drin, was da dabei ist, um was es geht und so findest du auch relativ einfach raus, welche Kurs für dich geeignet sein könnte. Was ich auch ganz cool finde, ist hier unten haben sie noch eine Hilfe, den sogenannten Kurs-O-Mat. Hier kannst du schauen, welcher Fernkurs ist der richtige für dich. Da stellen sie dir so ein paar Fragen und dann können die einschätzen, was für dich am ehesten geeignet ist. Und hier ist auch noch so ein Tontechnik-Test, finde ich auch ganz spannend. Da kannst du so ein bisschen testen. Da musst du ein paar Fragen beantworten. Da kannst du dich selber einschätzen, wie viel Ahnung hast du denn eigentlich schon. Und anhand dieser Informationen kannst du ganz gut einschätzen, welcher Kurs für dich jetzt am ehesten geeignet ist. Viel interessanter ist aber, wie läuft denn jetzt so eine Sache ab, wenn du den Kurs gekauft hast. Und dazu gehen wir jetzt gleich in meinen alten Kurs rein. Ich habe den Zugang nochmal. Was ich dir vorher noch kurz zeigen möchte, ist, dass es hier auch Online-Studio-Workshops gibt. Die sind teilweise öffentlich. Das kannst du auf YouTube dann angucken. Teilweise ist es aber nur für die HOFA-Studenten selber. Das heißt, das kannst du dann nur auf dem Online-Campus angucken. Hier siehst du Cubase für Einsteiger, Mixing, Akustik, Pop und so weiter. In diesen Online-Campus gehen wir jetzt rein. Da bekommst du deinen Zugang, wenn du einen Kurs gekauft hast bei der HOFA. Ich logge mich mal gerade kurz ein. So sieht die ganze Sache hier aus. Wenn du einen Kurs kaufst bei der HOFA, dann bekommst du monatlich das Material zugeschickt. Das kannst du dir entweder digital nur zukommen lassen. Das heißt, so wie jetzt hier, da kannst du es auf dem iPad, auf dem iPhone oder eben hier am Computer machen. Oder als Ordner in Papierform. Dazu rate ich dir auf jeden Fall, aber dazu gleich mehr. Also du bekommst dann diesen Online-Campus-Zugang und hier sind dann deine Kurseinheiten. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufgehe, HOFA Pro 2, dann siehst du hier jetzt, das ist hier so ein monatliches Modul. Das lernst du also alles in diesem Monat. Und wir können hier auch mal kurz reingucken. Hier zum Beispiel geht es um Drum-Mikrofonierung, denke ich mal. Dann haben wir hier... Achso, da kann ich jetzt nicht mehr reingucken, genau, weil es nicht mehr aktiv ist. Also du kannst in die ganzen Kapitel reingucken und du siehst auch hier schon, dass es sehr, sehr viele Soundbeispiele gibt. Und das finde ich wirklich super bei der HOFA. Die legen sehr, sehr großen Wert darauf, dass du für die meisten Sachen Soundbeispiele hast. Und das ist jetzt zum Beispiel, wenn du dir einfach nur ein Buch kaufst über Mixing oder über Home-Recording, gibt es ja wie Sand am Meer, hast du meistens eben keine Soundbeispiele, sondern du kannst es nur theoretisch dir durchlesen. Und letztendlich hörst du aber gar nicht, wie das klingt. Und da haben die sich sehr viel Mühe gegeben, hier Wahrnehmung von Frequenzen. Das ist auch sehr wichtig und das finde ich auch sehr gut. Sie legen von Anfang an Wert darauf, dass du dein Gehör schulst. Denn wenn du in der Musikproduktion arbeiten möchtest, brauchst du ein geschultes Gehör. Du musst wissen, welche Klang-Eigenschaften verschiedene Frequenzen haben, um irgendwie da Land zu sehen. Weil wenn du da keine Ahnung hast, dann wird es wirklich schwierig. Und von Anfang an geht es los, dass du dein Gehör schulen musst. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Und dann hast du jetzt hier deine einzelnen Module. Du siehst hier noch Downloads. Das ist jeweils die Downloads. Und in diesen Downloads findest du auch die Praxismischungen. Das heißt, du kannst jeden Monat eine Mischung machen und die kannst du dann einreichen. Du kannst hier immer zwischen zwei Praxismischungen auswählen. Eine musst du dann abgeben. Die kannst du einreichen. Und dann bekommst du Feedback von den Hofhardtutoren oder von einem. Das ist dann meistens eine ein oder zwei DIN A4-Seiten. Sehr, sehr ausführliches Feedback zu deinem Mix. Was richtig cool ist, ist ab dem Pro-Kurs, glaube ich, kannst du auch eigene Mixer einreichen. Das heißt, du musst nicht die hier einreichen, sondern du kannst selber Songs von dir einreichen. Und die beurteilen dann die Hofhardtutoren. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Und das ist richtig cool. Und es gibt dir auch Selbstsicherheit. Wenn jetzt wirklich ein Fachmann, wenn du noch nicht so viel Ahnung hast, wenn wirklich ein Fachmann dir Feedback gibt, dir Tipps gibt, wie du was verbessern kannst. Das ist so, finde ich, das Herzstück für mich auch von diesen ganzen Hofhardt-Kursen. Und da geben die sich auch wirklich viel Mühe. Wenn dein Mix aber wirklich mies klingt, dann sagen sie dir das auch. Allerdings nie, ohne dir Tipps zu geben, was du besser machen kannst. Zusätzlich hast du auch noch einen Telefonsupport. Das heißt, du kannst immer bei der Hofhardt anrufen und erreichst auch direkt einen Tutor dann gleich, der dir deine Fragen beantworten kann, falls du irgendwas nicht verstehst. Was jetzt noch ganz interessant ist, zum Beispiel hier bei meinem Kurs, ist, dass du ab Lerneinheit 6 musst du eine Zwischenprüfung abgeben. Also die ist Pflicht, die abzugeben. Und Lerneinheit 12 war dann, glaube ich, die letzte. Das ist dann die praktische Abschlussprüfung. Und die fand ich persönlich richtig schwierig. Also ich habe da ewig dran rumgemischt. Das hat es schon richtig in sich. Aber die müssen natürlich irgendwie auch die Messleute ein bisschen hochlegen, damit sich das Ganze lohnt. Damit der Kurs auch ernst genehm wird. Also ich glaube, das sind jetzt andere. Aber ich fand meine richtig schwierig. Das ist dann deine praktische Abschlussprüfung. Die musst du bestehen. Und es gibt noch eine theoretische Prüfung. Die musst du auch bestehen. Das wird dann kontrolliert. Und damit hast du dann praktisch diesen Complete-Kurs. Jetzt in meinem Fall wäre dann der Complete-Kurs als bestanden. Du hast hier dann auch noch immer zu den einzelnen Kursmodulen hast du noch viele Videos dazu, ergänzende Videos, wo du dann am Praxisbeispiel oder mit speziellen kleinen Videos, wo sie dir dann nochmal einzelne Themen aus diesem monatlichen Modul nochmal genauer erklären. Und das ist auch sehr nützlich. Und das war ja so ein kleiner Kritikpunkt. Beim letzten Mal habe ich gesagt, hier auf diesem Online-Campus ist so ein bisschen wenig los. Also da hat sich jetzt schon einiges getan. Und es sind auch viel, viel mehr Videos, als es noch bei mir waren. Also da haben sie sich die Kritik offensichtlich zu Herzen genommen. Oder haben einfach so die Sache nochmal verbessert. Du hast auch das Campus TV. Hier gibt es nochmal sehr viele unterschiedliche Intensivkurse. Hier haben sie zum Beispiel Studio Workshop Vocal-Produktion gemacht. Wo du nochmal mehr Hintergrundinfo auch kriegst. Sie haben verschiedene Guides. Was ich ganz cool fand, ist zum Beispiel hier haben sie einen Monitor-Boxen-Check gemacht. Da haben sie verschiedene Monitor-Boxen und die Charakteristiken so angetestet. Das kannst du dir auch durchlesen. Also nochmal zusätzlich weiteres Lernmaterial. Und hier gibt es dann noch Tipps und Tricks. Technisches Hören, Interviews, Hofer-Tools und so weiter. Übrigens, Hofer macht ja auch ganz gute Plugins, hatte ich anfangs erwähnt. Und die sind über den Verlauf deines Kurses kannst du die auch kostenlos testen. Das ist also hier jetzt die digitale Version. Und wir schauen uns jetzt mal die gedruckte Version an, den Ordner, den du dir auch zuschicken lassen kannst. Okay, das hier ist jetzt also so ein Ordner vom Hofer College. Wenn du deine Kursinhalte lieber in Papierform haben möchtest. Und ich würde dir auch auf jeden Fall dazu raten. Weil ich persönlich lerne immer viel lieber, wenn ich hier irgendwie was zum Anfassen habe. Wenn ich hier Seiten habe, die ich anfassen kann. Und vor allem kannst du dir hier auch Notizen machen. Also ich finde, das ist auch viel, viel intensiveres Lernen mit so einem Ordner. Und wir können mal kurz reinschauen. Und du hast die Soundbeispiele dann hier einfach als DVD dabei. Und wir können jetzt mal reinschauen. Das sieht dann hier so aus. Also ist mir persönlich wirklich viel, viel lieber. Hier geht es zum Beispiel jetzt los mit Mikrofonkunde. Das ist wichtig. Das sind so die Sachen. Kondensator, Mikrofon, dynamisches Mikrofon. Was du da wissen musst. Wie die einzelnen Frequenzgänge sind. Ja, sehr viel theoretisches Fachwissen. Und eben natürlich auch immer Soundbeispiele, um das Ganze dann direkt zu untermalen. Das finde ich ganz interessant. Hier wieder Soundbeispiele. Und so eine Einheit jetzt, das ist immer ein Monat. Und das sind jetzt in dem Fall, naja, 140 Seiten. Das heißt, das musst du dir schon alles durcharbeiten. Musst dir alles angucken. Musst dir alles durchlesen. Und themenbezogen dann auch sind dann immer die Abschlussprüfungen. Das bezieht sich dann immer auf so ein bestimmtes Thema, jetzt das hier vorne besprochen wird. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel, können wir auch nochmal kurz gucken. Das fand ich ganz interessant. Hier geht es jetzt um Drum-Mikrofonierung. Das wird sehr, sehr genau erklärt und sehr, sehr ausführlich erklärt. Welche Overhead-Mikrofonierung kannst du machen? Dann ja auch nochmal wirklich hochwertige Zeichnungen. Ja, sehr ausführliche Erklärungen für die Drum-Mikrofonierung jetzt in diesem Fall. Und das finde ich auf jeden Fall immer besser wie jetzt so ein digitales Unterrichtsmaterial. Das sieht ja schon alles ganz gut aus und klingt auch ganz gut. Aber gibt es denn jetzt tatsächlich noch Kritik? Und das habe ich mir mal angeschaut im Internet. Ich war hier auf diesem Forum, das habe ich gefunden, Fernstudium-Check. Und da gibt es auch Beurteilungen für dieses Hofer College. Alles in allem haben sie sehr gut abgeschnitten mit 4,8 Punkten. Und es sind 151 Bewertungen. Das ist jetzt schon eine ganz schöne Masse, denke ich. Das könnte man schon repräsentativ bezeichnen. Also im Großen und Ganzen sind alle zufrieden. Interessiert hat mich jetzt natürlich, wer nicht zufrieden war und was die geschrieben haben. Hier schauen wir uns mal, der hat hier nur drei Punkte gegeben. Schauen wir uns mal den an. Für das Geboten ein etwas kräftiger Preis hat er hier geschrieben. Oder sie, er war es. Er hat geschrieben, viele Dinge kann man im Netz kostenlos besser aufbereitet bekommen. Das Einreichen von eigenen Produktionen ist im Basic-Kurs nicht möglich. Okay. Also er sagt, es ist ein bisschen zu knapp und schwer nachzuvollziehen. Die haben dann auch gleich geantwortet. Also das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ich finde schon, dass das Lernmaterial sehr umfangreich ist und dass es auch in die Tiefe geht. Also ich persönlich kann es nicht bestätigen. Ich finde auch die Sachen mit dem Preis. Also ich habe 1.800 bezahlt für 24 Monate. Und da bist du irgendwie so bei um die 80 Euro im Monat, finde ich jetzt fair. Finde ich gerechtfertigt für den Telefonsupport und für diesen Online-Campus. Die Prüfung muss abgenommen werden. Und für das Unterrichtsmaterial. Also da das jetzt zu teuer ist, würde ich nicht sagen. Hier ist glaube ich die schlechteste Bewertung. Er hat geschrieben, zu wenig und zu teuer. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Was er geschrieben hat, ist, dass er Probleme mit dem Support hat, der scheinbar sehr unorganisiert ist. Der Online-Support war nicht hilfreich. Und er hat das Gefühl, dass die Tutoren nur die Basics beherrschen. Also das ist jetzt hier so seine Hauptkritik. Dass der Online-Support unorganisiert war, kann ich jetzt auch nicht bestätigen. Also ich habe immer jemanden an der Strippe gehabt. Dass die Tutoren selbst nur die Basics beherrschen, kann ich absolut auch nicht bestätigen. Ich fand jedenfalls die Mix-Beurteilungen immer sehr, sehr gut und sehr nachhaltig. Und dass die Hofer-Tutoren das nicht drauf waren. Also die meisten haben, glaube ich, auch den Bachelor, dass das jetzt irgendwie selber Anfänge sind. Das kann ich jetzt persönlich zumindest so auch nicht bestätigen. Gut, Kritik ist natürlich auch immer subjektiv. Der eine empfindet es so, der andere empfindet es so. Und es gibt auch unterschiedliche Erwartungen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, es gibt recht wenig Kritik. Und die Hofer schneidet auch bei diesem Fernstudium-Check oder was, das war jetzt recht gut ab. Ich habe noch einen Kritikpunkt und zwar geht es darum, wie vernetzen sich die Studenten eigentlich. Früher zu meiner Zeit gab es noch ein Forum, glaube ich, wo die Studenten sich gegenseitig kennenlernen konnten. Jetzt weiß ich natürlich als jemand, der professionell im Bereich Musikproduktion und Mixing arbeitet, dass Kontakte extrem wichtig sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn die Hofer-Studenten hier drauf vorbereitet werden sollen, auf ein Berufsleben in der Musikproduktion und damit ihr Geld zu verdienen, sind Kontakte zu knüpfen ganz wichtig. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es da irgendwie Facebook-Gruppen interne, wo sich die Studenten austauschen und Kontakte knüpfen können? Oder gibt es da tatsächlich ein Forum, das ich jetzt nur nicht mehr gesehen habe, weil mein Zugang nicht mehr voll freigeschaltet ist? Wie ist das? Also das wäre natürlich spannend zu wissen. Und das ist einfach essentiell wichtig für Studenten, dass sie sich gegenseitig vielleicht ein bisschen besser kennenlernen und da auch Kontakte knüpfen können. Das ist jetzt, was mir noch aufgefallen ist. Jetzt würde mich natürlich interessieren, hat jemand von euch auch die Hofer gemacht? Wie waren eure Erfahrungen? Hat jemand vielleicht sogar den Bachelor gemacht? Das würde mich sehr interessieren, weil die Hofer ja explizit behauptet, das öffnet dir die Tür für viele Jobs im Musikbusiness. Das ist ein anerkannter oder international anerkannter Abschluss. Also wenn einer mit dem Bachelor dabei ist, würde mich sehr freuen, wenn du mir unten in die Kommentare schreibst und über deine Erfahrungen berichtest. Ansonsten jetzt noch eine Bitte zum Schluss. Und zwar, wenn ihr Fragen habt zu Hofer, schreibt bitte keine E-Mails an mich, denn ich bin kein Mitarbeiter der Hofer, sondern schreibt an die Hofer selber. Ihr könnt mit Hofer-Mitarbeitern chatten. Die haben eine Telefonnummer. Ihr könnt sie auch per E-Mail anschreiben. Ihr findet alle Informationen auf der Homepage. Die habe ich unten nochmal verlinkt. Also bitte nicht mich anschreiben und mit Fragenlöchern zu Hofer, sondern die Hofer selbst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder über neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder im nächsten Tutorial. Bis dann!